Halleluja meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. So, da freue ich mich auch. Da freue ich mich auch. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir gerade gelber sind als sonst, weil ich finde, wir sehen gerade in der Kamera auf jeden Fall Möchtest du mir vorwerfen, ich habe das Licht nicht gut eingestellt. Durchaus. Wir sind gerade im Babyzimmer, weil hier schallt es am wenigsten und hier haben wir jetzt unsere Ruhe. Ist das Baby auch im Babyzimmer? Nee, das liegt im Wohnzimmer und schläft und wir sehen es da per Live-Überwachung und es schlummert. In meiner Schwangerschaft habe ich euch ja immer so auf dem Laufenden gehalten und so Schwangerschafts-Updates gedreht, wie es mir geht und so weiter. Jetzt das Baby entwickelt hat im Bauch, bla bla bla. Und ich dachte mir, sowas könnte ich jetzt eigentlich auch nochmal machen. Jetzt ist das Baby da und wir können euch auch einfach mal jetzt nach drei Monaten ein Lebens-Update von uns, von dem Baby geben. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr sagt. Findet ihr, also wir waren ja beide 25 und sind immer noch 25, als das Kind gekommen ist, findet ihr, dass wir sehr junge Eltern sind oder nicht? Ich kenne viele Leute, die eigentlich in dem Alter ihr erstes Kind bekommen haben. Das stimmt. Wir hatten ja so Besichtigungen vorm Kreis, dann musst du alles mal anzugucken und die waren so der Durchschnitt, ohne jemanden irgendwie zu beleidigen, der war auf jeden Fall Mitte 30 gefühlt. Ja, das glaube ich auch. Ich muss jetzt erstmal hier meine Notizen, ich habe mir so viel... Darf ich deine Notizen vorlesen? Nein, auf keinen Fall. Warum? Das wäre voll lustig. Notizen liest man nicht vor. Man orientiert sich daran. Jetzt schämt sie sich. Lass mich in Ruhe. Unser kleiner Schatz ist Anfang Oktober am 4.10. geboren. Da hat die Bianca geworfen. Knapp drei Monate. Summa, summa, warum lassen drei Monate halt sein? Eine Aussage vorab. Früher hat man, glaube ich, gesagt, die Kinder sollen mit sechs Monaten ihr Geburtsgewicht verdoppeln, ne? Mittlerweile sagt man vier. Und wann hat unser kleiner Mann das Geburtsgewicht verdoppelt? Knapp nach seinem zweiten Lebensmonat. Ich glaube, zwei Monate, eine Woche oder so hat er plötzlich, bam, sein Gedicht verdoppelt. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Fresser. Die ein oder andere Speckfalte wird immer größer, aber unsere Hebamme meinte, wenn man das Kind voll stillt, dann kann das nicht dick genug werden. Wir haben einen ordentlichen Bonneproppen am Start, ne? Ja. Und ich dachte mir, wir fangen einfach mal an und vergleichen so früher mit heute, sprich so die ersten Tage oder die ersten Wochen versus jetzt. Gute Vorbereitung. Gut, ne? Man muss auch einen roten Faden durchs Video ziehen. So rot wie deine Wangen gerade sind oder bist du aufgeregt, weil ich so ein Special Guest bin? Junge, du bist kein Licht. Genau. Lest mal die erste Notiz vor. Nein, du sollst meine Notiz nicht vorlesen. Aber Anfang hat der kleine Mann ganz, ganz viel geschlafen, ne? Locker 20 Stunden am Tag. Also eigentlich hat er nur geschlafen, ist kurz aufgewacht, um zu trinken und dann hat er wieder geschlafen. Das heißt, er war quasi einfach nur anwesend, stimmt's? So wie dein Papa. Hä? Oh, Spaß. Oh, es wackelt. Meinst du jetzt das Baby mit S oder die Wiege? Die Wiege wackelt. Das Baby wacht auf. Baby, nein. Baby, schlaf. Nein. Oh, ich liebe seine Stimme. Ja, ich bin weg. Sie sitzt wie auf Mamas Kopf. Wir haben eine Lösung gefunden und zwar liegt er jetzt in so einer Wippe vor uns und lacht ganz viel. Jetzt reut er sich, ne? Jetzt reut sie dich. Okay, wir versuchen das jetzt mal. Ich könnte natürlich jetzt ein paar Grummelgeräusche im Hintergrund geben. Ich hoffe, die Stirn ist nicht so sehr. Aber im Moment ist er ein bisschen anhänglich. Es ist voll komisch, so das Video zu drehen. Er beobachtet uns die ganze Zeit, dann lacht er immer ganz viel. Übrigens, okay, wenn ich ihn jetzt beobachte, fällt mir voll viel ein. Es gibt so verschiedene Entwicklungsphasen, die die Babys durchmachen. Er ist jetzt gerade so in der dritten Entwicklungsphase, glaube ich, ich habe es eben nochmal gegoogelt. Dann lernen die halt in ganz kurzer Zeit ganz, ganz viel. Seit ein paar Tagen fängt er immer an, seine Hand so vor sich zu nehmen und beobachtet die einfach die ganze Zeit. Der lernt halt irgendwie gerade seine Körperteile kennen und der will auch gar keinen Schnulli mehr. Also am Anfang hat er ab und zu den Schnulli bekommen und mittlerweile steckt er sich einfach immer nur die Faust in den Mund und möchte keinen Schnuller mehr haben. Ich habe sogar das Gefühl, dass er manchmal so Geräusche nachmacht. Zum Beispiel, dass du ihn so gemacht hast, er ist irgendwie dreimal hintereinander nachgemacht. Aber die Griffe nach Dingen, die werden auf jeden Fall, merkt man, dass die immer bewusster werden. Ja, auf jeden Fall. Ja, generell dadurch, dass der jetzt viel mehr wahrnimmt und viel besser sehen kann und viel länger wach ist, muss man ihn natürlich viel, viel mehr beschäftigen wie er zum Beispiel. Früher in den ersten Wochen hätten wir ihn halt einfach irgendwo hingelegen, da hätte er geschlafen und jetzt hat er halt seine Wachphase, da kann man nichts machen. Der will einfach irgendwie immer mit dabei sein und wir haben jetzt auch schon halt ein paar Spielzeuge, die wir mit ihm benutzen können. Zum Beispiel hier so rasseln, die hat uns die Maren zum Beispiel gestern geschenkt. Danke nochmal an der Stelle. Ich kann, obwohl er seine Hand noch nicht so ganz dann rumkriegt, aber sowieso ein bisschen türen. Dann haben wir ihm jetzt letzte Woche oder so so ein Mobiley ans Bett gemacht, wo er manchmal nachmittags oder mittags dran liegt und was schläft. Und damit beschäftigt er sich auch mega gerne und versucht dann auch manchmal so danach zu greifen. Und wir brauchen keine Hintergrundmusik mehr, die haben wir jetzt schon. Das stimmt. Die Faust ist richtig lecker, ne? Letztens hat er sogar versucht, beide Fäuste gleichzeitig im Mund zu stecken, aber es hat nicht so gut funktioniert. Und Juli hat herausgefunden, er liebt es, vorm Spiegel zu stehen und sich selbst anzuhangucken. Krass, ne? Also wirklich an alle Eltern da draußen, die irgendwann mal vor einer verzweifelten Situation stehen, das Kind, Merk hat die ganze Zeit. Wenn so ein Moment mal da ist, packe ich den, dann drehen wir uns zusammen zum Spiegel gucken nach rein und dann lacht er. Das ist so komisch. Egal wie mies der drauf ist. Ich bin selbst verliebt. Das ist echt so. Ich weiß nicht, ob er auch nicht. Vielleicht lacht er auch nicht im Spiegel. Ja, das kann auch sein. Okay, der lacht eh fast immer. Aber so krass, dass Leute schon zu uns kommen und sagen, wieso lacht euer Kind die ganze Zeit? Der ist wirklich durchgehend am Lachen, aber auch so. Der lacht auch mittlerweile richtig laut. Das ist übrigens auch eine Sache, die sich voll geändert hat, weil am Anfang hatte der halt so gar keine wirkliche Mimik und wir haben uns schon gefreut, wenn er mal die Augen ein bisschen länger auf hatte. Und mittlerweile, der macht halt so viele Gesichtsausdrücke und signalisiert einem halt auch mit der Mimik, wie es ihm geht. Also der muss zum Beispiel ab und zu so Tropfen nehmen mit Vitamin D und die schmecken so ein bisschen nach Orangenöl und die kann er halt gar nicht auf. Der ist halt einfach nur die Milch gewöhnt. Und wenn man ihm den zum Beispiel in den Mund gibt, dann verzieht er immer so voll das Gesicht, mal voll die Grimasse und zeigt einem halt so, was soll der Scheiß? Ich habe keinen Rock mehr drauf. Ich bin gerade auf Orangenöl und Tropfen. Möglichst sobald man den anguckt und lächelt, kommt sofort der krasseste Lacher zu mir. Ja, gerade morgens. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn er so lange geschlafen hat nachts und morgens dann aufwacht und uns sieht, der lacht so krass. Das ist so ein... Zehn Minuten lacht er durch. Richtig krass. Also wir können ja auch mal kurz darüber reden. Kann man aber ganz kurz darüber reden, wie man? Okay, diese Leute, die sagen, können wir bitte ganz kurz darüber reden und dann wollt ihr reden und dann wollen die gar nicht darüber reden. Also wie sich unser Leben verändert hat, so zum Beispiel Hobby-mäßig, Reisen. Also Hobbys hatten wir eh nicht so viele. Ja, okay. Wir sind zum Beispiel oft ins Kino gegangen. Stimmt. Kino ist nicht mehr. Ist überhaupt nicht mehr. Wir haben jetzt einen großen Fernseher. Wir sind viel, viel mehr zu Hause, was ich aber auch total schön finde, weil das ja im Moment eh so eine neue Situation jetzt in einem Haus für uns ist. Wir leben ja erst seit guten drei Monaten hier und wir lieben es hier zu sein. Wir treffen uns ganz, ganz viel mit Freunden, die meistens hierher kommen. Aber was sich zum Beispiel geändert hat, so ganz am Anfang, Restaurant oder sowas war gar nicht drin. Das stimmt. Also war schon, aber man war schon sehr, sehr vorsichtig und wir haben es uns einfach noch nicht zugemutet. Also die ersten, ich spreche jetzt so vor den ersten Wochen. Jetzt mittlerweile gehen wir in ein Restaurant, zack, dann wird der so setzen wir ihn auf den Schoß oder jetzt nicht genau setzen, aber wir legen ihn so an an uns. Und dann ist er einfach dabei und dann schläft er ein, schläft er seine Base und wir können in Ruhe essen. Ja. Riebst du ganz viel? Da will wir mitgehen. Total süß. Willst du auch was erzählen? Was sich auch geändert hat, am Anfang haben wir alles mit Kinderwagen gemacht. Das machen wir mittlerweile eigentlich auch nicht mehr, weil es so umständlich geworden ist. Das ist, glaube ich, einfach zu faul. Also wenn wir jetzt so einen riesen Spaziergang machen würden, dann vielleicht, aber... Ja, aber der ist halt auch viel lieber irgendwie bei einem. Ja, für so einen kleinen Schritt. Wir leben schon ein bisschen eingeschränkt, was das Leben vorher anging. Sprich, wir machen halt nicht mehr so viel oder manche Dinge können. Ja, aber dafür machen wir halt andere Sachen. Genau, das hat sich halt einfach geändert und wir fühlen uns mega wohl und würdest du irgendwie sagen, dass dir das mega fehlt oder so? Nein, vor allem, es ist ja jetzt nicht so, als könnten wir die nächsten zehn Jahre nicht reisen. Im Gegenteil, wir hatten ja schon eine Reise nach Berlin, die war so entspannt. Du hast die ganze Zeit nur geschlafen und gelacht. Manchmal ist er nicht so gut drauf wie jetzt und lacht nicht die ganze Zeit, sondern er hat auch mal anstrengende Phasen. Das muss man ja vielleicht auch mal erwähnen. Ja, das sind wirklich sehr, sehr, sehr gering. Ich glaube, gestern war die Hebamme da und die meinte, er könnte jetzt gerade so einen Entwicklungsschub haben. Und ich dachte eigentlich, er wäre schon gewesen. Aber ich glaube, er ist jetzt gerade seit gestern Nacht da. Weil gestern Nacht hat der kleine Kerl wirklich ein bisschen Terror gemacht. Das war die unruhigste Nacht seines Lebens. Er wollte die ganze Zeit nur trinken und nur auf meinem Arm liegen. Und sobald ich ihn irgendwie wieder ins Bettchen oder neben mich legen wollte, hat er sofort angefangen zu motzen. Ich musste ihn wieder neu stillen. Das ist halt eigentlich gar nicht so. Der ist so mega ruhig. Der motzt teilweise aus der Familie Babys jetzt so besucht. Die jammern dann mal ein bisschen mehr, quengeln dann. Und während er die ganze Zeit da nur liegt, schläft oder lacht. Ja, genau. Und wenn er halt diesen Entwicklungsschub oder so, wie man das nennt, hat, dann will er halt ganz viel Körpernähe haben. Und dann will er ganz viel auf dem Arm sein. Das sind ein paar Tage aber auch schon wieder mit Sicherheit. Und will viel öfter gestillt werden. Was ist denn der nächste Punkt in deiner Lüste? Der nächste Punkt ist, ob wir Angst davor haben, was in den nächsten Monaten alles auf uns zukommt. Angst? Ja, weil... Ich freue mich. Ich muss euch mal kurz eine Geschichte erzählen. Sein Cousin war ja da und sein Kind ist acht Monate alt, ne? Ja. Hallo. Auf jeden Fall krabbelt der schon. Der greift natürlich alles, steckt sich alles in den Mund. Und ich habe das gar nicht gecheckt und konnte das irgendwie so gar nicht nachvollziehen, was der halt jetzt alles schon kann oder nicht. Und teilweise waren dann halt so kleine Gegenstände. Und ich dachte, ja, der guckt sich das jetzt an. Hier stimmt er damit, Kind. Und der stoppt sich alles in den Mund. Und dann meinte er eben dann, Vorsicht, der kann das doch verschlucken. Also ich glaube, man muss echt auch so vieles achten. Man wächst natürlich auch da rein. Aber es wird auf jeden Fall nochmal eine Nummer anstrengender und ganz anders, wenn der jetzt anfängt, so Dinge zu greifen. Ich freue mich riesig drüber, gerade weil ich gesehen habe, was das Kind von meinem Cousin schon alles kann. Also nicht, dass ich jetzt möchte, dass das schneller geht, aber ich freue mich halt auf alles, was noch folgt, was noch kommt. Und ich muss sagen, ich finde es schon schön und angenehm, dass man jetzt ein bisschen mehr mit ihm machen kann, also die ersten Wochen. Was vielleicht aber auch gut war, um sich erstmal so einzuspielen, war ja echt so, er war halt da. Er war anwesend und hat halt geschlafen und ab und zu Milch gewollt. Aber jetzt kann man halt wirklich so mit ihm interagieren und das wird er jetzt wirklich teilweise von Woche zu Woche mehr. Was uns da berechtigt, ja, man hatte so Angst. Ja. Man, der konnte ja seinen Kopf gar nicht halten. Also er kann ihn jetzt auch noch nicht so ganz allein halten. Er wackelt einfach nur so ein bisschen. Würdest du sagen, er ist ein Mutterkind oder ein Papakkind? Du kannst ihn mega oft beruhigen und bei mir wird er immer direkt hektisch, weil er glaubt, die Milch dann riecht oder weiß, dass man hier die Milch kommt. Stimmt, er setzt ja die Stimme mit Milch in Verbindung, dann bist du die Milchstimme. Und ich bin der Typ, Papa heißt ich übrigens, falls du dein erstes Wort irgendwie... Ich bin der Typ, der ihn zu der Milch bringt. Ja, und jedes Mal... Ich bin praktisch der Milchmann. Und jedes Mal, wenn er irgendwie gibt zum Stillen, sagt er, jetzt kommt was Positives, Papa! Das ist echt so, damals noch im Pädagogikunterricht aufgeschnappt, wenn irgendwie ein positiver Reiz ist, dass man dann irgendwas damit verbinden kann. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Das mit dem Rumdrehen, das hat er noch nicht, das kann er noch nicht. Was halt auch richtig cool ist, vielleicht haben wir diese Rolle hier, aber ich zeig die mal kurz. Einfach sieht aus wie so ein Nackenkissen. Ich bin jetzt mal kurz das Baby, ja. Er legt sich dann also drauf, stützt sich da mit seinem Ärmchen ab. Man kann's nicht verstehen, ne? Hebt da halt automatisch seinen Kopf so hoch und zieht einfach aus, als wir dir eine Liegestütze machen. Ja, und wir haben eben Sachen aussortiert schon wieder. Wir haben schon einen riesen Karton mit Dingen, die ihm nicht mehr passen. Dieses Baby wächst einfach so unfassbar schnell. Alles in allem kann ich nur sagen, dass ich mega glücklich bin, dass wir ein Kind haben. Ja, ich glaube, manche Leute finden das wirklich sehr früh. Wenn man hier die Möglichkeit dazu hat, was die wir Gott sei Dank haben und halt auch die Zeit, dann ist halt einfach die wunderschönste Sache, die man überhaupt haben kann. Vielleicht noch, wie hat sich denn unsere Beziehung verändert? Ach, das ist ja wichtig, stimmt. Haben wir uns irgendwie mehr gestritten, ein bisschen in die Wolle bekommen? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich würde sagen, so eine Beziehung festigt sich natürlich mega durch ein Kind. Wir waren eh immer schon voll das gute Team und ich würde sagen... Okay, aber wir sind halt auch wieder anders, ne? Wir sind zehn Jahre zusammen. Ich würde wirklich sagen, zwischen uns hat sich nichts geändert. Das stimmt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, dass wir das irgendwie in zwei, drei, vier Monaten nochmal machen oder so und euch wieder so ein paar Dinge, die passiert sind oder sich verändert haben... Was steht da? Daumen hoch. Ah, das hätte ich mir jetzt auch denken können. Genau, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und jetzt verlinke ich euch natürlich auch noch Julans Video. Danke. Und ganz oben in der Infobox schaut da unbedingt vorbei. Ist nämlich sehr, sehr lustig geworden. Ihr kennt bestimmt diese Glücksräder. Damit hattest du, glaube ich, schon mal ein Video gemacht, ne? Und damit haben wir jetzt wieder ein Video gemacht und zwar haben wir versucht zu backen. Allerdings sind alle zwei Minuten während des Backens irgendein Erschwernis dazu gekommen. Das haben wir halt eben an diesem Glücksrad gedreht. Ist eine lustige Nummer geworden. Ist mega lustig geworden. Gut, Julian ist nicht mehr dabei, dann drehe ich die Ankara jetzt alleine. Vielen Dank für das Einschalten. Bis zum nächsten Mal und ich hab euch lieb. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.